Ein Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder euer Jesse und ihr seht schon, ich habe schon das Sträfling Outfit an, weil dafür landen wir garantiert auf Blizzards Blacklist. Grüße gehen raus an Silek, der hat mir den Link weitergeschickt, aber ich sage euch wie es ist, Wowhead hat neue Items, neue Skills und vieles mehr für den kommenden PTR mit 2.0.1 gedatamined. Das kennt ihr ja, anscheinend wurde der PTR bereits auf diese Verteilserver aufgespielt, da haben sich die Jungs den einfach mal gesnackt, man sieht auch, dass der 38 GB groß sein wird der PTR und der neue kommende Patch und haben hier jede Menge Informationen rausgezogen, das heißt also es kommt jetzt sehr viel Neues auf uns zu, bevor es uns Blizzard sagt. Also bleibt gleich mal mit einem Abo dran, weil wer weiß, ob wir nicht bald vielleicht mehr PoE Videos machen, aber schauen wir auf jeden Fall mal rein, was ich persönlich super spannend fand, sind die 4 neuen Music Items. Hier mal gelistet, da fängt es schon wieder an, zuerst mit dem Helm, was man hier auf jeden Fall wieder sieht, auch hier gibt es wieder diese 200% Damage für Angel und für Demons. Den haben wir schon bereits gesehen, warum ich das jetzt nochmal anspreche ist, weil es Gerüchte gibt, dass Blizzard da unbeabsichtigt mit den Engel was geleakt hat, was vielleicht im Addon relevant wird, dass da so wie ein neuer Mob Type oder Fraktion oder sonstiges hinzustößt. Also das Item haben sie ja selbst auch im Entwickler Call gehabt, da sieht man das, dann gab es hier nochmal einen Pole Arm dazu mit Lucky Hit, dass du in den Berserk hingehst. Alter, das ist, also ich habe Rob schon lachen sehen, das wird wahrscheinlich genau wieder das richtige Item werden, damit wir hier den Berserker Modus mitkommen. Wir haben ein Execute Enemy is affected by more damage over time, dann haben wir hier nochmal eine Brustplatte, die mit reinkommt mit den Passives, die haben wir noch gesehen und dann haben wir hier unten einfach nochmal ein Schwert. Und alle 5 Sekunden werden die gemarkten Ziele von den Hits her, werden die unverwundbar, nicht unverwundbar, verwundbar muss man sagen und garantieren noch einen Critical Strike für Overpowered. Aber es ist jetzt die Frage, Overpower wurde damals super stark genervt wegen Hota, ob das nochmal zurückkommt, weil, was man auch im Datamining gesehen hat, da fangen wir dann gleich nochmal darauf an, jetzt hier neben diesen 4 mythischen Items, was wir hier noch gesehen haben, sind auch die Sachen für, genau, Post Level Squish. Also das Herabsetzen aller Gegenstandsstufen von dem, also für alle Items, die ihr jetzt habt, die sind halt mit dem Addon nichts mehr wert. Das ist, glaube ich, die schnellste und einfachste Erklärung in dem Bereich, so wird halt ein Item und Level Squish gemacht, weil sonst würde es keinen Sinn machen, hier wieder die neuen Sachen aufzufarmen. Das zu öffnen dauert alles ein bisschen länger, weil es super, 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 super viel Informationen und sehr, sehr, sehr viele Seiten haben, wo man das jetzt hier sieht, wo die ganzen geänderten und neuen Items mit dabei sind. Hier sieht man schon, wie zum Beispiel der Stab wechselt, wo haben wir Shaco, hier Shaco mit den neuen Werten, was der Amorwert ist, wo der runtergebracht wird. Mal gucken, ob wir hier auch den Ring, den Grandfather, ist ja auch immer noch ein ganz, ganz wichtiger Part von Item Power, 925, dann auf 800 runter, damit man die Sachen hier dann noch dementsprechend nutzen kann. Dann gibt es hier die ganzen normalen Uniques, da wird man jetzt nicht mal drüber gehen, über die einzelnen Waffen und so, also wurde alles datament. Ich werde euch alle Links unterhalb reinstellen, beziehungsweise gleich die News-Übersicht, dann könnt ihr euch da einzeln durchklicken, falls es euch im Detail interessiert. Im Endeffekt ist es, man muss damit ohnehin leben, das heißt, das, was da rauskommt, mit dem müsst ihr mehr oder weniger leben, weil du kannst es nicht ändern. Und was hier noch ganz wichtig ist, ist eher die Geschichte, wenn es an die Skills geht, an die neuen Aspekte und eben an diverse Paragon Changes, weil da habe ich nämlich noch das ein oder andere gesehen, was eure Klasse selbst betrifft, weil für die Leute, die den Talk gesehen haben, ganz kurz zusammengefasst, jede Klasse bekommt neue Talente, also ein großes Talent, ein paar Untertalente, aktive und passive, bekommt ein paar Paragon Notes und so weiter, die hier mit dabei sind. Und hier bei den Skills seht ihr dann zum Beispiel bei den Barbaren, hier steht eh als neu markiert dabei, was eben neu ist. Hier zum Beispiel Ruf der Urahnen, was hier genervt wird oder gebufft wird, also das sind natürlich auch hier wie Charge mit Lucky Hit, Frenzy, hier auf 7, welche Sachen gebufft werden. Das wird natürlich sehr, sehr spannend, wenn es dann an die Klassenbalance geht. Aber ganz ehrlich, ich habe die Klassenbalance für das Add-on aufgegeben, weil mit einem Item Squish, parallel mit einem Number Change, parallel mit neuen Schwierigkeitsgraden und dann alles getoppt mit Items, ich glaube, das ist fast nicht zu balancen. Also sehe ich ganz schwierig, weil alles gleichzeitig gemacht wird. Ja, auch hier beim Druiden, die Sachen, die neu mit rein sind, die Sachen, die sich hier gechanged haben, das ist halt schon, also da kommen schon einige Änderungen für jede einzelne Klasse. Oh, Affliction. Einige Änderungen für die Klassen hinzu. Lucky Hitchance von 20 auf 12 runter, hatten sie gerade mit diesem 5 alles erhöht, wird jetzt wieder runtergedreht. Also die Klassen gehen in einen deutlich geschwächteren Zustand ins Add-on. Was ja auch klar ist, damit man wieder hochspielt, weil wir kriegen ja 10 Skill-Punkte mehr, du kriegst ja Paragon-Punkte mehr und diese Power, die da dazugewonnen wird, die musst du ja irgendwie auch wieder abfangen. Und wie man es hier sieht, ist auch das langsam der Plan, wie das gemacht wird, indem sie hier einfach die Sachen mal ein bisschen runternerven, bevor es dann mit reingeht. Ich habe gesehen, es hat nicht alles getroffen, also manche Sachen funktionieren trotzdem noch. Es gibt auch hier diverse Skill-Modifier. Das ist halt nochmal eine ganz, ganz spannende Geschichte, wie mit dem Bitfight und so, ob das eben Additiv- oder Multiplikative Anpassungen mitkommen. Und dann natürlich hier unten bei den Aspekten. Also das ist eine ewig lange Liste, weil an die Aspekte wird natürlich auch rangegangen. Und die werden teilweise dann auch nochmal etwas nachmodifiziert. Es sind auch teilweise neue Aspekte drin, so wie wir es hier sehen. Also es werden definitiv auch neue Builds mit dem Add-on entstehen. Das befürworte ich mal. Ich finde das mega, mega gut. Also ganz ehrlich, solange der Wirbelwind-Barb geht, haben wir die beste Skillung. Und dann kannst du dir noch einen Range-Wurf-Barb und so weiter dazu machen. Daten ist wirklich enorm viel. Wir werden es vielleicht im Stream noch ein bisschen im Detail behandeln, aber ihr seht schon nur mal für eure Klasse, wenn ihr schon den Fokus habt, dass ihr sagt, okay, ich möchte das oder das haben. Dann könnt ihr hier unten schon mal ein bisschen drüber stöbern. Vor allem, wenn ihr eine beliebte Skillung habt, dass ihr hier seht, was auf euch zukommt. Es gibt keine Daten zum Spirit-Born. Das haben sie ja extra. Deswegen machen sie, glaube ich, auch den PTR, weil sonst wäre das jetzt hier alles datamined worden. Sämtliche Daten vom Spirit-Born sind automatisch ausgenommen. Hier haben wir noch die legendären Nodes. Da sind super, super viele hinzugefügt worden. Das ist nochmal mega, mega spannend. Welche Nodes dazugekommen sind. Rare und Magic Nodes nicht. Und dann noch eine Anzahl von den jeweiligen Glyphen. Tears of Blood is removed. Ja, okay, das war eh klar. Und hier sonst die anderen Glyphen, welche man dann aber natürlich durch die Aufwertung mit den einzelnen Effekten sehen kann. Also ich bin mal ein bisschen eher gespannt. Das wird, glaube ich, ein verrücktes Add-on. Aber es wird auf jeden Fall ein spaßiges. Also für den Tipp, ich weiß, die Frage wird immer wieder kommen. Was wird Meta? Was ist Best Class für Add-on oder so? Egal, ob ich die Patch-Notes kenne oder nicht. Best Class für das Add-on wird der Spirit-Born. Warum? Weil es jetzt immer so war. Sei es World of Warcraft, sei es Diablo oder sonstiges. Neue Klassen, die man kaufen muss. Die müssen einfach stärker sein, weil sonst ist der Kaufreiz nicht da. Also es ist egal, wie man es dreht und wendet. Aber der Spirit-Born wird sicherlich zwei, drei Builds haben, die einfach stärker sind als die anderen. Der wird einfach ein bisschen drüber performen. Ob man dann den Spielstil mag oder nicht. Das ist eine Sache. Mir persönlich hat der Sente-Beat, also der Gift-Build, sehr gut gefallen, wo ich den jetzt letztens gespielt habe, den Spirit-Born. Weil dieser Gottverdammte Tausendfüßler alles zerlegt hat. Du läufst irgendwo rein, du druckst den Ulti, das Ding steigt aus dem Boden raus und das stirbt einfach alles. Das war einfach fünfmal stärker als ein Jaguar oder dieser Gorilla oder sonstiges. Also deswegen denke ich auch, dass der Spirit-Born auf jeden Fall ganz vorne dabei ist. Sollte man vielleicht das primäre Klasse wählen. Und das sekundäre Klasse, dadurch, dass das Level und alles beschleunigt wird und Paragon der Counter, dies könnt ihr auch ohne Probleme euren Twink nachziehen. Aber hier seht ihr nochmal jede Menge, wie gesagt, von den Glyphen. Auch hier wieder ein paar neue Sachen, die mit reinrutschen. Also die Datenbanken, die haben hier super Arbeit geleistet. Grüße geht raus an Tarek, Seilek und das Wauhe-Team für das Data-Mining von den 40 GB. Und schon mal einen Vorabblick noch vor Mittwoch zu geben, was uns denn hier alles erwartet. Ist unterhalb, wie gesagt, verlinkt. Schnöbert, schnöbert. Stöbert da mal ein bisschen durch. Da werdet ihr sicher was finden, was euch gut gefällt. Also von den Uniques über die einzelnen Klassen. Ja und dann sage ich, wir sehen uns beim nächsten Video, beziehungsweise beim nächsten Stream. Und sind wir mal gespannt, wie gut Blizzard das alles umgesetzt bekommen hat. Und wie fehlerfrei die Testphase und dann auch später Season 6 laufen wird. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt.